Herzlich Willkommen. Hier ist Frau Cheyna, Deutsch-Lehrlein, in der Iguaha-Sprachschule, amerikanische Sektion. Heute begrüßen wir über Wiedermahlung auf das dritte Quartal. Wir sollen heute auf Satz kennenlernen. Wie können unsere Sätze bilden? Ihre Schule. Schreiben Sie 65 zu den folgenden Themen. Ihre Schule. Es gibt Helfewörter, zum Beispiel Schüler, Ort, Klassen, Lehrer, Computer. Nummer 1. Schüler. Zum Beispiel. Ich bin noch Schüler. Ich bin noch Schüler. Ort. Meine Schule liegt in Kairo. Meine Schule liegt in Kairo. Klassen. Sie hat große Klassen. Sie hat große Klassen. Lehrer. Unsere Lehrer sind freundlich. Entschuldigung. Unsere Lehrer sind freundlich. Computer. Wir arbeiten mit dem Computer. Wir arbeiten mit dem Computer. Aufsatz Nummer 2. Die Massimmedien. Die Massimmedien. Es gibt auch Helfewörter, zum Beispiel Massimmedien, Fernsehen, Radio, Brüste, Internet. Nummer 1. Massimmedien. Wir haben viele Massimmedien. Wir haben viele Massimmedien. Fernsehen. Das Fernsehen ist ein beliebtes Massimmedien. Das Fernsehen ist ein beliebtes Massimmedien. Radio. Viele Leute hören gerne Radio. Viele Leute hören gerne Radio. Brüste. Die Brüste ist überall frei. Die Brüste ist überall frei. Internet. Man kann im Internet suchen. Man kann im Internet suchen. Ja, klar. Viele Erfolgsgeräte lassen. Danke. Schön. Tschüss. Ich helfe. gang. Vielen Dank.